Das ist Herr Müller. Herr Müller ist erfolgreicher Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Herr Müller ist sehr sicherheitsbewusst und schützt seine Firma vor Produktionsausfällen und Lieferausfällen. Deshalb hat er schon lange eine Alarmanlage zum Schutz seiner Büros, Produktion und Lage. Die im Außenbereich gelagerten Rohstoffe werden mit hochauflösenden Kameras überwacht. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kam es immer wieder zu Diebstählen und Schäden, ohne dass die Täter gefasst wurden. Wie konnte das passieren? Ganz einfach. Im Falle eines Alarms hat das herkömmliche Alarmsystem Herrn Müller direkt auf dem Handy angerufen. Doch leider war Herr Müller nicht immer erreichbar. Der Einbrecher konnte mit der Beute flüchten. Die Videoüberwachung im Außenbereich hat den Täter zwar in bester Auflösung aufgezeichnet, doch aufgrund der Maskierung konnte man den Täter nicht identifizieren. Das ist Herr Schmidt. Herr Schmidt ist Errichter von Alarmsystemen und ein Profi in seinem Fach. Herr Schmidt empfiehlt Herrn Müller das Alarmsystem PRM Safeline. PRM Safeline ist ein 100% drahtloses Alarmsystem mit Alarmverifikation. Keine Kabel, keine Stromversorgung, unabhängig von Telefon- und Datennetzen. In Österreich sind ca. 97% aller Alarme Falschalarme. Deshalb sind PRM Safeline Bewegungsmelder mit einer Kamera ausgestattet. Im Alarmfall wird neben der Alarmmeldung ein 10-Sekunden-Film an die Notrufleitstelle gesendet. Sieht der Wachmann in der Notrufleitstelle ein Tier, so ist das ein Falschalarm, ohne weitere Bearbeitung. Sieht der Wachmann allerdings eine Person, dann ist es ein realer Alarm, der mit Priorität bearbeitet wird. Herr Müller ist mit der Empfehlung sehr zufrieden und bestellt PRM Safeline. Alarme, die Video vorgeprüft sind, werden mit einer höheren Priorität bearbeitet.